Moin zusammen Freunde, grüße euch zu diesem Video. Wir sprechen mal wieder über ein paar wichtige Themen, hoffe, ihr seid alle gut drauf. Wenn ihr neu seid, ein Abo dalassen, gerne an der Stelle. So heißt es nämlich hier im Handelsblatt, Inflationserwartungen steigen auf höchstes Niveau seit Beginn der Erhebung. Die privaten Haushalte rechnen in den nächsten zwölf Monaten mit einer Inflation von 5,8%. Der Indikator ist wichtig für die Ausrichtung der Geldpolitik. Achso, wir haben eine ausgerichtete Geldpolitik. Ja, okay, im Sinne der Südländer hier in Europa, in EU ganz genau gesagt, sprich Italien und Griechenland, okay, aber gegen Deutschland. Dann stimme ich zu, wenn es hier um eine Ausrichtung der Geldpolitik geht. Okay, das passt. Warum ich gerade zuvor schon gelacht habe, die privaten Haushalte, also zum Beispiel ich oder wir generell, erwarten eine Inflation von 5,8%. Sorry, aber ich erwarte da was anderes. Oder steht hier irgendeine Ziffer davor? Ja gut, wir müssen es nicht in Lächerliche ziehen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, was wir für eine Inflation an der Situation in diesen nächsten Monaten in Deutschland erwarten. Also ich glaube, mit den offiziellen 7,3% im März, das ist erst der zarte Anfang dieser nicht richtig dargestellten Inflation. Weil man muss ja wirklich dazu sagen, dieser Warenkorb, wie sich die Inflationsrate berechnet und immer nur im Vergleich zu vor 12 Monaten, ist ja sowieso schon so ein Ding. Weil überlegt mal, spielt das mal durch. Wir vergleichen aktuell März 2021 mit März 2022 Inflation, ist laut des Datis bei 7,3%. Was ist aber, wenn wir jetzt über dieses Jahr nur noch weiter steigende Inflation haben? Im März 2023 haben wir im Vergleich zu 2021, sagen wir mal, 20% Steigerung. Das würde aber bedeuten, bei 20% müsste man ja hier die 7,3% runterrechnen. Dann hätten wir nur in Anführungsstrichen im März 2023 eine 13%ige Inflation. Das alleine ist ja schon unsinnig, nur in einem 12-Monats-Vergleich das zu machen. Oder sehe ich das falsch? Konntet ihr mir hoffentlich bei der Rechnung bei meinem Gedanken folgen. Könnt ihr mal gerne unten reinschreiben. Ich finde es nicht passend und nicht sinnvoll. So, und dann geht es hier weiter. Inflationserwartungen privater Haushalte sind in Deutschland gestiegen. Wie aus Daten der Bundesbank vom Freitag hervorgeht, stieg die erwartete Inflation für die nächsten 12 Monate von 4,7% im Februar auf 5,8%. Wie gesagt, lasst mal gerne darüber diskutieren. Das passt meiner Meinung nach einfach nicht. Denn wenn ich einkaufen gehe und kaufe ein paar Produkte oder einen Einkaufswagen voll, dann zahle ich aktuell nicht mehr 50 Euro dafür, sondern eher 100 Euro. Nicht übertrieben. Von mir aus 90 Euro in dem Bereich für gleiche Güter, die ich vor ein paar Wochen, Monaten noch für 50 Euro bekommen habe. Also irgendwas passt hier einfach nicht zusammen mit einem angeblichen 7,3%. Und das dann hier, EZB strebt für den Euroraum insgesamt eine Teuerung von 2% an. Im Erz betrug die faktische Inflation dagegen 7,5%. Kann ich nicht verstehen, warum die von 7,5 sprechen, weil wir haben ja eine 7,3%ige, aber egal. Leute, wir sehen einfach, dass es der EZB in feuchten Dreck interessiert. Sie machen nichts. Sie machen nichts, wie dir den Deutschen geholfen werden könnte gegen diese Situation. Und auch die schlechte Verfügbarkeit der Produkte. Weil wenn man andere Länder anguckt, ist die Situation nicht so. Gerade gestern noch ein Kommentar von euch gelesen, wie es in Dänemark beispielsweise aussieht. Sorry, aber das Sonnenblumenöl verfügbar. Klar, ein bisschen teurer, aber auch nicht zu solchen Abzockpreisen wie hier. Und hier Sonnenblumenöl bekommen, wenn du welches bekommst. Bekommst du eine Flasche, je nachdem in welchem Supermarkt du aktuell bist. Oder aber es steht dran, nur noch für Gastronomen. Interessant ist, wenn wir über den bekannten großen Teich rüber gucken. Und dann schauen wir jetzt hier nochmal ins Handelsblatt. So heißt es nämlich hier, FED-Sitzung. FED geht aggressiv gegen Inflation vor. Die US-Notenbank will ihre Bilanzsumme um 95 Milliarden Dollar im Monat reduzieren. Und bereitet weitere Zinsschritte vor. Ökonomen warnen vor den Folgen eines harten Kurswechsels. Klar, das könnte natürlich auch passieren. Das muss man ganz klar sagen an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz sehen wir doch einfach, was hier passiert. Das ist eine FED, die selber auch nicht so toll dasteht, muss man eigentlich sagen, wie eine EZB genauso wenig. Aber dass die jetzt wenigstens das dann zu verstanden haben und sagen, ja Moment mal, wir haben ja auch eine gigantische Inflation hier in den USA und müssen etwas dagegen tun. Also ändern wir unsere Vorgehen. Aber nein, die EZB hält nicht, die hält die ganze Zeit schnurstracks die ganze Zeit daran fest. Wirklich der Wahnsinn, was hier abgeht. Aber man muss natürlich auch fair aus EZB-Sicht immer wieder argumentieren. Ich müsste es in die Köpfe reinkriegen von euch und darauf immer wieder gerne hinweisen. Was würde passieren, wenn die EZB tatsächlich hingeht und erhöht hier den Zins, sagen wir mal, auf 1%. Von mir aus 2%. 1,5% Leitzins. Richtig. Länder wie Griechenland, Spanien wäre auch kritisch. Aber vor allem natürlich Italien, Griechenland wären ganz, ganz schnell komplett pleite. Richtig. Genau. Und da wir Deutschen natürlich hier als sehr gute Zahler in der EU dastehen und diesen Ländern, die ich gerade eben genannt habe, eine relativ frühe Rente, eine sehr gute Rente, ein hohes Wohneigentum ermöglichen und auch ein hohes Medianvermögen auf dem Konto ermöglicht haben über Jahre hinweg. Sehen wir doch einfach, dass das Konzept so aufgeht. Das geht so lange auf, solange alle Deutschen da mitmachen, weiterhin schön zahlen, schön den Mund halten. Aber sobald das nicht mehr der Fall ist und zugleich auch die Zinsen wirklich ansteigen würden, gibt es dort unten ganz, ganz große Probleme. Und dann würde wieder dieser hier passieren. Da würden wieder die Hände aufgehalten und dann würde sich, wie damals noch, zahlreich Merkel hinstellen. Wir helfen, wir zahlen das, gar kein Problem. Und dann wird im Bundestag darüber entschieden, dass zig, hundert Millionen, wenn nicht sogar Milliarden Euro hier wieder bewilligt werden und schön aus Deutschland rausgehen, um anderen Ländern halt eben genanntes zu finanzieren. Und das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Einfach nur unfassbar. Schreibt eure Meinung unten rein. Ja, die nächste Nachricht ist nicht weniger gut, nämlich genauso schlecht. Girokonten werden teurer. Jede zweite Bank hebt die Preise an. Laut einer Umfrage unter Geldhäusern, schreibt das Handelsblatt, wird es branchenweit Gebührenerhöhungen geben, obwohl das viel komplizierter geworden ist. Ja, klar, das ist komplizierter geworden. Wir wissen ja mittlerweile um die Situation. Ich hatte ja auch ein Video darüber gemacht, dass bei mir die Sparkasse gesagt hat, jo, hier, Achtung, man muss bestätigen und so weiter. Ansonsten könnte das Konto gekündigt werden. Man kennt diese Vorgehensweise ja mittlerweile, finde ich, auch wirklich sehr, sehr kritisch zu betrachten. Irgendwie kriegen sie es hin. Irgendwie bekommen sie es natürlich hin. Und man muss es, ich versuche ja immer alle Seiten zu sehen, also das Ganze rational zu betrachten. Und wenn man jetzt hingeht und das Ganze aus Bankensicht sieht, die Banken werden aktuell ja komplett über den Tisch gezogen von der EZB. Wenn sie hingehen und parken ihr Geld bei der EZB, müssen sie dafür Strafe bezahlen. Also was hat die Bank schon großartig an Möglichkeiten zu machen? Gegen die EZB kommen sie nicht an. Und dementsprechend haben sie natürlich nur die Möglichkeit, derjenige, der eh schon zahlt, denen noch mehr zahlen zu lassen. Also das ist schon eine ganz prekäre Situation, in der sie sich befinden. In der Situation möchte ich nicht sein, sage ich ganz ehrlich. Das ist nicht cool. Absolut nicht. Ja, die Umfrage hier wurde gemacht von EY, also Ernst & Young, unter Banken und Sparkassen. Und das Ganze hat hier ergeben konkret, nämlich 34% der Geldhäuser, die Gebühren für Girokonten wollen sie erhöhen. 15% haben das dieses Jahr sogar schon getan. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob ihr bei einer Bank seid, wo das der Fall ist, ob ihr da betroffen seid. Und ich befürchte, das werden natürlich über die Zeit, wenn jetzt hier schon 34% das Ganze planen und 15% bereits gemacht haben. Die anderen 51%, die wir jetzt hier dann noch ausstehen haben, die werden das natürlich auch machen. Na klar, es wird natürlich die eine oder andere Direktbank, zum Beispiel eine Comdirect oder andere ING beispielsweise geben, die wirklich gering bis gar nicht erhöhen werden. Aber komplett drumherum kommen ist natürlich schwierig für uns Bürger, dass wir diese Möglichkeit haben, das Ganze irgendwie noch günstig zu gestalten. Weil ist es nicht gesetzlich sogar verpflichtend, dass man ein Bankkonto in Deutschland hat? Bin ich mir gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Können wir in die Kommentare schreiben. Aber auch, nehmen wir an, man hätte einfach kein Bankkonto. Wie soll das funktionieren? Du kannst nicht Cash ausbezahlt werden bei deinem Arbeitgeber, außer du hast vielleicht so einen kleinen Aushilfsjob oder ähnliches. Aber generell ist es nicht möglich. Das ist ja die krasse Sache. Und dazu muss man natürlich auch nochmal hier den Punkt anmerken, dass ja über die letzten Jahre hinweg die Kontoführungsgebühren schon drastisch gestiegen sind. So heißt es nämlich hier, so zogen die Gebühren laut Statistischem Bundesamt in den vier Jahren zwischen 2015 und 2019 um insgesamt 25% an. Es gibt immer weniger Gratiskonten ohne Bedingungen. Beispielsweise eine Mindestsumme, die monatlich eingezahlt wird. Genau, das ist ja oftmals so eine Bedingung, dass man das Ganze dann irgendwie als Gehaltskonto, glaube ich, wird das bezeichnet, benutzt. Muss mindestens irgendwie 1000, 2000 Euro oder ähnliches eingegangen sein auf dem Konto. Dann ist es kostenfrei pro Monat. Ansonsten musst du bezahlen. Zum Beispiel auch bei der ING habe ich über Jahre hinweg ein kostenfreies Depot und auch Girokonto gehabt. Mittlerweile kostet es 4,90 Euro pro Monat, dieses Konto dort zu haben. Auch nicht mehr so attraktiv wie vorher und da werden andere Banken natürlich folgen. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen verschwörungstheoretisch sieht aus der Sichtweise von der EZB, was ist denn das für ein Ziel, was hier verfolgt werden könnte? Natürlich, das Bankensterben wird vorangetrieben. Warum? Weil man vielleicht im Hintergrund darüber nachdenkt, so ist es ja bekannt mittlerweile, den digitalen Euro rauszubringen. Und wenn es keine Banken mehr gibt, benötigt oder man benötigt ja generell schon für den digitalen Euro keine Banken mehr. Also hat man dann nachher irgendwann auch nicht mehr in 5 Jahren oder in 6, 7 Jahren von jetzt auch in 10 Jahren das Argument. Ja, aber dann gehen ganz viele Arbeitsplätze verloren. Wenn die EZB jetzt hier den kompletten digitalen Euro einbringt und übernimmt, dann haben wir doch gar keine, dann haben wir doch ganz viele Leute, die ihre Arbeitsplätze verlieren etc. pp. Okay, dieses Argument fällt dann weg, weil die Banken gar nicht mehr existieren bis zu diesem Zeitpunkt. Dann wird gesagt, na gut, die können natürlich so ein bisschen noch machen, aber über die Zeit wird das halt wegrationalisiert. Industrialisierung, so nach dem Motto. Kannst du dir nicht mehr ausdenken, Leute, was hier passiert. Ja, in diesem Sinne, schreibt mal gerne eure Meinung zu den Themen unten rein, das interessiert mich sehr. Daumen hoch fürs Video, abonnieren nicht vergessen, das freut mich sehr, wenn ihr kritischen, finanziellen Content sehen möchtet. Haut rein, bis zum nächsten und ciao.